Hallo und herzlich Willkommen zu Bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich einfach mal den Prozess beschreiben, der notwendig ist, um an die Baugenehmigung zu kommen. Ja, was haben wir denn heute für einen Prozess, dass wir die Baugenehmigung bekommen? Viele fragen sich, wie viel Vorlaufzeit brauche ich, um überhaupt mit dem Projekt loslegen zu können, damit ich das einschätzen kann. Wann ist der richtige Zeitpunkt, den Architekten zu bekommen und wann kann die Baustelle endlich starten? Ja, da gibt es eine pauschale Antwort, die nicht pauschal sein kann, weil das immer abhängig ist davon, wie die Ämter arbeiten. Im Endeffekt liegt ganz viel daran, weil wir müssen einfach wissen, dass die Bauämter drei bis sechs Monate Zeit haben, um auf die Baugenehmigung zu reagieren. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man die Unterlagen eben möglichst komplett hat, komplett einreicht und so weiter und so fort. Also wir nehmen jetzt einfach mal an, 1. Januar, das Bauvorhaben startet. Das heißt, das erste Gespräch mit dem Architekten fand jetzt statt in dem Büro. Man hat sich für den Architekten entschieden, den man kennt, den man vertraut, den man über die bekannten, verwandten, Freunde oder wo auch immer empfohlen wurde. Oder auch jemand, den man gerne zuhört, Zwinker-Smiley. Naja, also soll einfach heißen, dass wir auch eben anbieten, die Baugenehmigung zu machen. Wenn das, also dadurch, dass der Podcast natürlich deutschlandweit gehört wird, haben wir Anfragen deutschlandweit. Wenn die Anfragen so sind, dass man eben auch die Bauleitung machen muss, dann können wir das eben nicht machen. Klar, suchen uns aber dann eben den Partner vor Ort. Entweder einen Generalunternehmer oder einen Architekt, der halt eben dann die Bauleitung übernimmt. So, und was machen wir jetzt? In dem Erstgespräch findet man erstmal raus, was denn benötigt wird. Ist es ein Umbau, ist es eine Kernsanierung, Anbau, Dachgeschoss, Ausbau, was auch immer die Aufgabe ist? Braucht man dafür überhaupt eine Baugenehmigung? Das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, vor allem bei Kernsanierungen. Wenn also keine Wohnfläche zusätzlich geschaffen wird, wenn ein Dachgeschoss nicht ausgebaut wird, wenn keine Dachgaube gemacht wird, dann braucht man auch keine Baugenehmigung. Dann kann man einfach mit der Planung starten, ja, dann macht man den Entwurf und sobald der Entwurf abgeschlossen ist, das Ganze mit einem Statiker abgestimmt ist, kann es losgehen. Ja, also eigentlich relativ simpel und relativ schlank. Das heißt, die erste Notwendigkeit, die wir immer prüfen, ist, ob eine Baugenehmigung überhaupt notwendig ist. Wenn ihr natürlich ein Grundstück kauft, in einem Neubaugebiet oder auch nicht in einem Neubaugebiet, das ist jetzt völlig unabhängig davon, dann ist es eben wichtig zu wissen, dass man die Baugenehmigung braucht. Und dann hat man das erste Gespräch. Da spricht man drüber, da lernt man sich kennen, da beschnuppert man sich, ja, da findet der Architekt raus, was für Anforderungen ihr habt, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht. Und da ist es eigentlich meine Empfehlung, immer ratsam oder es ist einfach immer hilfreich für den Architekten, um zu erfahren, wie ihr tickt, was ihr so vorhabt oder wie ihr da auf das Ganze ausgelegt seid, wenn ihr einfach mal auch ein paar Beispielbilder schicken könnt. Also am besten, ich habe es einmal erlebt, das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen und das hat mir auch sehr, sehr, sehr gut geholfen. Da hat der Bauherr einfach eine PowerPoint-Präsentation gemacht, wo er einfach seine Anforderungen reingeschrieben hat. Ja, also die Daten und Fakten, wo ist das Grundstück, was ist das Flurstück, stand drin, aber auch Beispielbilder, wie die Bauherren sich das vorstellen oder was denn gefällt. Ja, es gibt unterschiedliche Stile und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Bauvorhaben angehen kann und da ist es immer hilfreich, wenn man einfach etwas zusammengestellt hat, was einem gefällt. Und es kann ganz einfach sein, dass man einfach auf Instagram, also auf Instagram findet ihr bei mir auch ein paar Inspirationen, wie Schlafzimmer ausschauen kann, Badezimmer ausschauen kann, Wohnzimmer ausschauen kann und so weiter und so fort. Und da kann man sich die Beiträge abspeichern. Und wenn man sich die Beiträge abgespeichert hat, dann reicht es einfach, wenn man dann Screenshots macht von den Sachen, die einem gefallen, die einfach da in eine Präsentation reinlädt oder einfach nur die Fotos von den Screenshots zur Verfügung stellt und dann ist gut. Eine andere Möglichkeit wäre es zum Beispiel, über Pinterest zu gehen und auf Pinterest die Sachen abzuspeichern, die einem gefallen. Und es kann sein, dass hier einem beispielsweise zwei oder drei Stile gefallen. Und dann ist es die Aufgabe des Architekten, diese Stile zu kombinieren oder halt eben so auszulegen, dass man sagt, okay, hey, so kann ich mir das vorstellen bei euch, lasst uns das in diesem Stil machen. Und ja, das ist so das erste Kennenlernen. Da guckt man sich die Rahmenbedingungen an, wie viele Quadratmeter braucht man, wie groß darf das Gebäude maximal sein auf diesem Grundstück. Diese ganzen Sachen werden mit aufgenommen und dann geht es darum, die Sachen in ein vernötiges Konzept umzuwandeln. Also dann nach dem ersten Gespräch hat der Architekt so seine Basis. Daraufhin macht er sein Honorarangebot. Und wie bereits in den anderen Folgen erwähnt zu den Honoraren der Architekten, ist es einfach so, dass die Architekten eigentlich mehr oder weniger das Gleiche verlangen. Ja, da kommt es dann einfach nur darauf an, wie hoch die Baukosten sind. Davon ist eigentlich die, ist das Honorar abhängig. Und naja, wenn man dann einfach die Sachen beisammen hat, dann die Quadratmeter Angaben hat, daraus kann man über eine Budgetplanung, die da dann der Architekt macht, einfach grob abschätzen, okay, wie hoch sind die Baukosten. Aktuell ist es natürlich schwierig, weil das, was heute geschätzt wird und in zwei Jahren fertiggestellt wird, kann natürlich Abweichungen geben dazu, ganz klar, muss man einfach wissen. Und das lässt auch die, das lässt auch die, die Hawaii lässt das auch zu, dass bei der Budgetplanung eben Abweichungen möglich sind. Ist klar, ist nicht festgelegt auf den letzten Cent. So, und wenn man das hat, wenn man das Angebot hat, dann sagt man, ja, okay, hey, das kann ich mir vorstellen. Ich brauche eigentlich nur eins bis vier beispielsweise, nur bis zur Genehmigung. Die Bauleitung mache ich selbst oder ich habe da einen Generalunternehmer, der wird das dann ausführen. Der macht dann die Bauleitung. Wie auch immer man das handhabt, man sieht dann, was man von einem Architekten hat, dann beauftragt man ihn und dann braucht der Architekt, naja, man muss sich so vorstellen, der Architekt sitzt nicht einfach nur da, hat nichts zu tun und wartet auf euch, bis er kommt und bis er sagt, ja, ich nehme das Angebot an und dann legt er gleich los, sondern er hat dann auch meistens, naja, wenn es schnell geht, zwei Monate, vielleicht drei Monate Zeit an Vorlauf, weil er noch die anderen Projekte abschließen muss, weil er das noch eintakten muss, weil er erstmal, na, er fängt parallel an, die Grundlagen zu machen und so weiter, ja, mit dem Vermesser schon mal zu sprechen, dass die Aufnahme von einem Grundstück läuft und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Entwurfsarbeit, ja, das kann ruhig zwei bis drei Monate dauern, bis es dann anfängt. So, und wenn es dann anfängt, dauert es auch nochmal so, ja, je nachdem, je nachdem, wie die Bauherren entscheidungsfreudig sind, ja, kann das auch zwei bis vier Monate dauern, bis der Entwurf halt beschlossen ist, ja, bis auch wirklich alles beinhaltet ist, bis alles berücksichtigt wurde, was die Bauherren wollen. Wenn es schnell geht, kann es natürlich auch innerhalb von einem Monat fertig sein, aber das ist immer so individuell zu schauen und abzuklären, wie man das mit dem Architekten am besten macht. Also, wir halten fest, zwei bis drei Monate, wir sagen mal zwei Monate Vorlauf, eins bis drei Monate dann wirklich für den Entwurf und dann hat man den Entwurf gemacht, dann werden die Genehmigungen, dann wird aus dem Entwurfsplan eine Genehmigungsplanung gemacht und diese Genehmigungsplanung wird dann eingereicht. Zusätzlich dazu brauchen wir natürlich auch einen Energieberater und wir brauchen auch einen Statiker und einen Vermesser, der uns den Lageplan macht. Der Vermesser macht den Lageplan und das Ganze läuft natürlich Hand in Hand, aber natürlich kann der Vermesser erst dann arbeiten, wenn auch wirklich das Gebäude fix ist, ja, und der Lageplan erstellt werden kann. Das heißt, ihr als Bauherrn müsst euch festlegen auf eine Variante, die dann festbleibt, wo man vielleicht noch die Innenwand schieben kann oder anpassen kann, ja, je nachdem, aber je entscheidungsfreudiger ihr als Bauherrn seid, desto besser funktioniert es dann nachher in der Zeitschiene. Ja, also wir haben dann die Planung abgeschlossen, wir haben dann die ganzen Unterlagen beisammen und dann geht es dahin, dass man weitermacht mit der Genehmigung, die man dann einreicht. So, dann haben wir alles eingereicht und dann hängt es wirklich vom Bauamt ab. Dann sind drei, also wenn es kleine Landkreise sind, wenn es kleine, ja, Umgebungen sind, dann kann es schon sein, dass man in drei Monaten das Ganze fertig hat. Aber es kann sich auch natürlich bis zu sechs Monaten ziehen. Und das ist in großen, also in großen Städten oder in großen Landkreisen auch nicht unüblich, ja. Das heißt, wir haben allein für die Planung, bis die Baustelle starten kann, kann bis zu ein Jahr vergehen, ja. Also von der ersten Sprache des Architekten bis zur Baufreigabe kann ein Jahr vergehen, ja. Es kann aber auch im besten Falle, es können auch vier Monate vergehen oder fünf Monate vergehen, ja. Also je nachdem, in dieser Range befindet man sich. Und da muss man einfach vorab bereits mit dem Architekten vor Ort reden, wie er das Bauamt einschätzt, weil er kennt ja das Bauamt, er weiß ja, was für Zeiten da üblich sind in der Gegend. Und dann kann man einfach darüber reden und, ja, sich einfach einen Plan machen, okay, wie schaut es aus. Und wenn ich davon ausgehe, ich habe sechs bis zwölf Monate für die Planung und dann habe ich nochmal zwölf Monate für den Bau, dann habe ich so meine Bauzeit eigentlich intus. In der Regel, sagt man, für ein Einfamilienhaus ist man in zwölf Monaten durch, sodass man schlüsselfertig ist. Aber da kann es natürlich auch Abhängigkeiten geben, Lieferschwierigkeiten geben, etc. Handwerker geben, die nicht auftauchen, die auf einmal was anderes machen, krankheitsbedingt sich das Ganze verzögert und so weiter und so fort. Und dann können aus den zwölf Monaten auch mal 14 oder 15 Monate werden, ja. Also man merkt, es ist keine pauschale Antwort auf diese Frage möglich, aber ihr habt jetzt schon mal natürlich einen gewissen Umfang gehört, wo sich das Ganze bewegen kann, ja. Und wenn ihr dann wisst, wo sich das Ganze bewegen kann, könnt ihr das auch besser einschätzen und besser eintakten, weil ihr vielleicht noch parallel, natürlich müsst ihr euch um die Finanzierung kümmern. Und das Ganze läuft auch Hand in Hand, weil der Architekt euch für die Finanzierung, die Flächen, die Pläne und die Kosten liefern muss. Ja, und dann merkt man eigentlich, wie komplex das Ganze ist, weil das Ganze Hand in Hand laufen muss, aber es einfach Abhängigkeiten gibt von externen oder auch von Dritten. Externe sind Dritte, aber ihr wisst, was ich meine. Also von externen wie Bauämtern und so weiter und von Dritten wie, weiß ich, Handwerker und Projektbeteiligte. Also das heißt, wenn der Vermesser da irgendwie nicht hinterherkommt oder der Statiker, dann kann es natürlich da auch Abweichungen geben oder halt einfach Verzögerungen geben. So, aber wichtig für euch ist zu wissen, dass in der Zeit, wo dann die Baugenehmigung eingereicht wurde, ja, da hat man einfach so eine Einschätzung vom Architekten in der Regel, dass er meint, okay, wir haben irgendwie gar keine Sachen, wo wir irgendwie baurechtlich, was baurechtlich kritisch ist, eigentlich geht es genauso durch und dann brauchen wir gar keine Probleme machen, dann können wir weiterplanen. Also die Firmen eintakten, die Firmen beauftragen, die Firmen schon mal raussuchen, es kommt ja immer darauf an, ihr habt den Generalunternehmer, habt die Einzelgewerksvergabe, wie ihr das macht, ja. Und wenn ihr viele bekannte, verwandte, Freunde habt, die im Baubereich tätig sind, dann kann es natürlich sinnvoll sein, die Einzelgewerksvergabe zu machen, um dann auch wirklich die ganzen Sachen selbst in der Hand zu haben und auch selbst eintakten zu können. Und da nutzt ihr bitte diese Zeit, die zwischen der Baugenehmigungseinreichung und der Baugenehmigung vorhanden ist, um das Ganze nochmal zu detaillieren, zu finalisieren und so weiter und so fort. In der Zeit kann man natürlich parallel die Ausführungsplanung vom Architekten machen lassen, wobei man hier in ein gewisses Risiko sie begibt, weil, und da ist einfach die Einschätzung des Architekten wichtig, ja, wie er das sieht, denkt er, das wird schwierig sein, die eine oder andere Sache zu bekommen oder muss das Dach dann vielleicht doch noch mehr und einen halben Meter tiefer gesetzt werden, weil es einfach baurechtlich nicht ganz so einfach ist oder nicht ganz klar ist, dann muss man sich einfach dessen bewusst sein und entscheiden, okay, mache ich jetzt weiter mit der Ausführungsplanung oder nicht, weil für die anderen Geschosse kann das natürlich sehr relevant sein, die Ausführungsplanung, ja. Das heißt, ihr könnt einfach, wenn ihr wisst, wenn ihr wisst, dass ihr beispielsweise jetzt ein Problem habt mit der Dachgaube oder mit der Dachhöhe, weil ihr das Dach aufgestockt habt oder Sonstiges, dann könnt ihr natürlich gucken, okay, ich kann die Ausführungsplanung ja weitermachen, weil für die anderen Sachen brauche ich das trotzdem und ich habe eine Sollbruchstelle. Das heißt, ich weiß, wenn da was verrutscht, dann kann ich da drauf reagieren und entweder muss ich das dann so machen oder so machen, ja. Also man braucht immer den Plan B, wenn ich weiß, es könnte hier kritisch werden, ja. Und da ist die Zeit eigentlich gut genutzt, dass man diese Zeit, die Wartezeit der Baugenehmigung einfach dafür nutzt, die Ausführungsplanung weiter voranzutreiben. Und dann, sobald die Baugenehmigung da ist, gibt es dann irgendwie gewisse Auflagen, ja. Je nachdem, was dann beinhaltet ist oder je nachdem, was gefordert ist, kann es dann geben, ja, man braucht nochmal, man hat die Bauleiterklärung beispielsweise nicht gemacht, was noch nicht klar ist, wer die Bauleitung macht. Dann muss man die Bauleiterklärung nachreichen und dann kann man loslegen mit dem Hausbau. Ja, das sind solche Sachen, die man da einfach berücksichtigen muss, die man einfach auf dem Schirm haben muss. Wichtig war es mir jetzt in dieser Folge, dass ihr die Zeit mal gehört habt und euch da drauf einstellen könnt, ja. Also, dass ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie lange dauert, wie lange dauert es, ja. Das ist dann die ganz, ganz wichtige Frage, wie lange dauert es. Und hier könnt ihr euch auf diese Zeiten einstellen. Und wie gesagt, da gibt es einfach so ein paar Tipps und Tricks, wie man das Ganze nochmal gut gestalten kann, diese Wartezeiten, damit auch, wenn die, sobald die Bauvorragabe da ist, dann auch, damit es auch weitergeht. Weil man verliert natürlich umso mehr Zeit, wenn es natürlich kritisch ist, was die Baugenehmigung anbelangt. Also, ich weiß nicht, ob das so durchgeht oder nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Aber wir probieren es trotzdem mal, das so einzureichen. Dann ist natürlich so, also wenn das wirklich kritisch ist, dann wird man nicht weitermachen mit der Ausführungsplanung. Da wird man erstmal abwarten, was das Bauamt sagt, wie die Reaktion da drauf ist, was für Auflagen da kommen und dann die Ausführungsplanung machen, um dann eben mit den Gegebenheiten weitermachen zu können, damit einfach die Maßnahme, die Zeit einfach nicht doppelt geplant wurde. Also nicht einfach nochmal zusätzliche Kosten entstehen, die nachher keinem was nützen. Also das ist so, glaube ich, die Hauptaussage. Ihr habt natürlich die Möglichkeiten, gut, die Zeit zu nutzen, aber es kommt dann immer wieder auf den Fall an, wie man das genau macht. Deswegen eine pauschale Antwort kann es da drauf nicht geben, aber ich hoffe trotzdem, dass ich dir mit dieser Folge trotzdem einen Mehrwert schaffen konnte und du da trotzdem ein bisschen was mitnehmen konntest. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib mir gerne an info.bauheim-werden.de. Wenn du eine Anfrage hast zum Thema Bauen, ich bin in meinem Büro im Bruchsalz zwischen Heidelberg und Karlsruhe tätig. Alles, was hier in der Umgebung passiert, können wir gerne uns anschauen, uns gerne nochmal kurz schließen. Einfach über die Info at bauheim-werden.de gehen oder einfach bauhoch3.gmbh besuchen und dort die bauhoch3 einfach mal anschauen. Genau, da findet ihr uns. Insofern wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um bauer zu werden. Schaut rein, bei bauheim-werden-werden. Ciao, dein Max.